Dort, wo die Ukraine die russischen Streitkräfte zurückgedrängt hat, versuchen die Menschen, ihre zerstörten Städte wieder aufzubauen. In anderen von Russland besetzten Gebieten wird weitergekämpft. Das von russischen Truppen besetzte Atomkraftwerk Saporizhia wurde offenbar heute wieder unter Beschuss genommen. Dazu sprechen wir jetzt mit unseren Korrespondentinnen in Odessa und New York, wo es am Abend auch eine Dringlichkeitssitzung im UN-Sicherheitsrat gab. Wir schalten zuerst zu dir, Xenia. Russland und die Ukraine werfen sich gegenseitig den Beschuss des AKWs vor. Was wissen Sie darüber? Es hat heute über den Tag hinweg offenbar mehrere Einschläge auf das AKW Saporizhia gegeben. Es hat Schäden gegeben an einer Feuerwache, an Abwasserpumpen und auch an Strahlungssensoren. In der Tat werfen sich beide gegenseitig vor, Schuld an diesem Beschuss zu sein. Präsident Zelensky spricht heute Abend wieder davon. in seiner Ansprache, Russland sei ein Terrorstaat und er fordert internationale Hilfe. Besonders schlimm ist natürlich die Lage für die Menschen in der Region. Das heißt, man muss sich das so vorstellen, diese Region ist schwer umkämpft. In den letzten Tagen gab es dort viele zivile Opfer. Und über all das kommt jetzt noch die Sorge einer großen Atomkatastrophe. Also Tschernobyl ist hier nicht vergessen. Und Saporizhia ist ein deutlich größeres Atomkraftwerk. Es ist das größte von Europa. Danke, Xenia Böttcher nach Odessa. Nicht nur Präsident Zelensky warnt vor einer Atomkatastrophe. Marion Schmickler, auch UN-Generalsekretär Guterres, ist zutiefst besorgt. Was hören Sie? Ist bei der Sitzung schon etwas rausgekommen? Ja, diese Sitzung, diese Dringlichkeitssitzung läuft jetzt seit mehr als anderthalb Stunden. Und auch hier in New York sind die Gespräche. Die Sitzung ist geprägt von gegenseitigen Vorwürfen, aber auch von eindringlichen Warnungen. Der russische Botschafter hat Kiew für die Angriffe auf das Atomkraftwerk in Saporizhia verantwortlich gemacht. Und er sagte auch, Kiew sei auch dafür verantwortlich und blockiere eine seit langem geplante Mission der unabhängigen Experten der internationalen Atomenergiebehörde nach Saporizhia. Von amerikanischer Seite hieß es dagegen, Russland verbreite Propaganda und Falschinformationen. Und auch die amerikanische Vertreterin hat sofortigen Zugang der unabhängigen Experten gefordert. Der Chef der Atomenergiebehörde, Grossi, meinte, im Moment bestehe zwar keine akute Sicherheitsgefahr, aber das könne sich jederzeit ändern. Hinter all dem steht, so hören wir hier aus Diplomatenkreisen, auch der Streit darüber, wie die Experten nach Saporizhia reisen können. Denn die westlichen Staaten wollen in jedem Fall verhindern, dass sie über von Russland besetztes Gebiet einreisen, weil das ausgelegt werden könnte als eine Anerkennung der russischen Besatzung und außerdem die ukrainische Souveränität infrage stellen könnte. Also ein diplomatisches Minenfeld bisher ohne Lösung in Sicht. Vielen Dank für die Information. Marion Schmickler nach New York. Zurück nach Deutschland. Die Pläne von Bundesfinanzminister Lindner zur Entlastung der Steuerzahler stoßen weiter auf Kritik. Und damit beginnen weitere Nachrichten mit Julia Niharikasen. Die Wirtschaftsweise Grimm sagte der rheinischen Post, Lindners Vorhaben komme zum falschen Zeitpunkt. Es sei zwar prinzipiell richtig, angesichts der hohen Inflation die Mitte der Gesellschaft zu entlasten. Derzeit bräuchten aber vorwiegend Menschen mit unteren und mittleren Einkommen Unterstützung. Der Deutsche Städtetag warnte vor Ausfällen in Milliardenhöhe und forderte einen Ausgleich für die Kommunen. RWE will die ab Oktober geltende Gasumlage bis auf Weiteres nicht an seine Kunden weitergeben. Das ergab der Energiekonzern heute bei der Vorstellung seiner Geschäftszahlen bekannt. Demnach könne RWE die Mehrkosten durch den verteuerten Einkauf von Gas alleine stemmen. Mehr dazu von Samir Ebrahim. RWE fällt dieser Aussage leicht. Von den gestiegenen Energiepreisen hat der Konzern profitiert und einen Milliardengewinn erzielt. Er bezieht vergleichsweise wenig Gas aus Russland. Die eigenen Speicher seien zu 85% gefüllt, hieß es. Kritiker halten dem Unternehmen deshalb auch vor, es versuche mit dieser Aussage lediglich einer möglicherweise drohenden Übergewinnsteuer vorzubeugen. Einen großen Teil seiner Gewinne hat RWE allerdings auch mit erneuerbaren Energien erwirtschaftet und will hier noch stärker werden. Allein in diesem Jahr wird es dort Investitionen von rund 5 Mrd. Euro geben. Das sind rund 30% mehr als bisher geplant. Das Geld fließt in die Wind- und Solarenergie sowie in die Wasserstofftechnik für RWE, ein Zukunftsmarkt. Auch Kohle wird für den Konzern weiter eine Rolle spielen. Angesichts des bevorstehenden Winters wird RWE ab Oktober 3 Kraftwerke zurück ans Netz bringen. Die Ermittlungen gegen die zurückgetretene RBB-Intendantin Schlesinger führt jetzt die Berliner Generalstaatsanwaltschaft. Sie habe den Fall an sich gezogen, weil sie ihm eine herausragende Bedeutung zumesse, so ein Justizsprecher. Ermittelt wird wegen des Verdachts der Untreu- und Vorteilsannahme gegen Schlesinger sowie gegen ihren Mann und gegen den ebenfalls zurückgetretenen Chef des RBB-Verwaltungsrates Wolf. Außerdem wurde bekannt, dass der Rundfunkrat seine geplante Sondersitzung auf den kommenden Montag vorgezogen hat. Aufgrund eines massiven Fischsterbens entlang der Oder ermitteln deutsche und polnische Behörden wegen des Verdachts auf ein Umweltdelikt. Seit zwei Wochen werden an mehreren Flussabschnitten tausende tote Tiere an die Ufer geschwemmt. Einem Bericht des RBB zufolge wurde eine hohe Konzentration von Quecksilber im Wasser festgestellt. Unklar ist aber, woher es stammt und ob es für das Fischsterben verantwortlich ist. Umweltverbände sprechen von einer ökologischen Katastrophe. Ein Fischsterben Ein Fischsterben Vielen Dank.